hallo und herzlich willkommen zur achten folge vero 8 mit dem lemcrap und wir joinen also sagen wir nochmal wo du bist ich bin bei 240 1130 ja auf jeden fall ist der plan jetzt noch die letzten vier dias zu finden für fuldi und dann an die oberfläche zu gehen zuckerrohr fahren und co zu machen sehen ob das klappt in der kartoffel gekriegt aber schon mal unendlich essen also nimmt also was die knochen auch mit das stimmt ja gar keine entscheidenden sachen 212 165 da bist du doch direkt ja schon gedacht so ist nicht gerade ja hier ist auf jeden fall die bühne dann würde ich halt wahrscheinlich auch gleich da den enchanter auf der artikel gibt es nicht weiter oben erst wieder so viele mobs ja stell mal den enchanter auf den enchanter ich wenigstens mal meine picke vor allem du hast ja auch nicht mal enchanter ja und das ist direkt die eigentlich die rüstung von kraft ich habe schuhe gemacht und musste die hose machen ja beziehungsweise wie viele dias ist jetzt noch 26 was möchte ich machen ja die schuhe halt nicht mach ich mir damit gerade noch eine hose aber du kannst auch nicht die schuhe haben alter war das langsam ja mitte war bei minus 100 irgendwas ne die mitte meinst du jetzt ja ich glaube ich red wirklich bei minus 300 und links hast du mir jetzt die sieben die erst gegeben ich bin da wo das wasser runter geht meinst du jetzt da da ist ich krieg ja auch nur scheiße gerade rückstoß auch die kackbrinke Ach, warte... Komm, die Platias kümmern wir doch auch noch hin Ja, hier in den Höhlen ist alles schon geformt Okay, ja, das ist gut Ja gut, dann würde ich halt wahrscheinlich einfach weiter strappen ein, ne? Ja, ich bin ja da schon runter Wo denn? Da, wo das Wasser war und Erde, da habe ich mich so runtergegraben So, das war dann dein Gang, den ich gesehen habe, okay Ja, das ist nur die Frage, in welche Richtung du gegangen bist Hier ist ja alles voll Norden, Norden Wobei, hier geht der Stripman-Gang gar nicht weiter Was ich mir gedacht habe Ja, Richtung Norden Ja, egal, der geht da nicht weiter, aber dann Stripman, ich halt einfach selbst da irgendwie rum Da wissen die falschen wahrscheinlich keine Ahnung Ja, in Richtung Norden ist die einzige Richtung, wo der Gang endet Also Westen, sorry Ja, GG Okay, ich bin gerade echt wieder lost Aber egal, ich baue mich jetzt einfach selbst da in Richtung Westen weg Und Und Ich bin jetzt ganz viel später oben Ja, ich bin gerade bei 100 und 151 Ja 50 Blöcke weg Entschuldige, Entschuldige Aber keine gute Was will ich eigentlich noch in die Seiten rein? Ja, wieso? Aber ich hatte mehr Glück mit geradeaus bauen Ja, bei mir hat sich das ja nicht viel genommen Ja, Gold sind diese Seiten Ja Ja Von 4 Minuten Ach Komm, ein mal noch Diaz Ja, okay, das ist da einmal Ein mal 4 Diaz Mein Gott Oh mein Gott, ich hab keinen Platz mehr 5, nee, warte Nee, sind sogar 6 gewesen Na gut, das reicht ja schon mal, dann würde ich sagen, wir graben uns einfach direkt hoch Ja, wir graben uns einfach direkt hoch Guck nur ganz schnell nochmal hier Ja, ich brauch gar kein Essen mehr Muss ich die Kartoffeln gleich anbauen bzw. was geben Ja, dann farben wir Ach, nehmen wir eine Menge Hier scheint keiner gewesen zu sein Dann kannst du den noch ruhig lieben Dann geh ich nach oben Dann kannst du auf jeden Fall noch Strings mitnehmen, da haben wir glaube ich immer noch zu wenig Auf was für einer Höhe ist die denn? 12, 13 Ja, super Ja, wobei Lidia ist noch mal eh nicht mehr so gut Das ist so gut, so gut Ich denke ja nicht, dass wir auf Lidia spät gehen, aber vielleicht sind auch noch viele Türen oder so Ja, ich bin gleich oben Ja, ich bin gleich oben Ja, ich bin oben, dann muss es ein 8 Hier ist ein Eichenwald, äh, Birkenwald Da ist die Mitte Da ist die Mitte Da ist die Mitte Okay Naja Ich glaube das ist sogar der Wald, wo wir ganz am Anfang waren Und da drüben ist ja die freie Fläche Gut, dann Ähm Baue ich mir gerade mal Bzw. ich stelle jetzt mal die Öfen auf den Brachen ein bisschen Die sind halt schon echt nah am Spawn Ernsthaft, ich habe die Kohle die ganze Zeit nicht aufgesammelt Ja, ich habe fast die Dias nicht aufgesammelt Ist natürlich dämlich gewesen, aber gut, ich fahre mir jetzt jeweils Achja, ein bisschen was bevor ich dann noch Achja, ein bisschen was bevor ich dann noch Oh Mann, Mann Ja, ich baue mir auf jeden Fall gerade mal Kartoffeln an, weil ich ja gar keine Karten habe Pfff, okay Alter, fax sind das hier spüren weh mehr Also ist nicht gelootet Nee Nö Ähm Ähm Pfff 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 Oh fuck, das war ne Giftspinne Äh Pfff Oh Gott Oh Gott Pfff 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 Vielen Dank.